so hallo liebe leute ich wollte euch heute erst mal was vorstellen mein studio setup darf ich vorstellen mein mixer eben checken ob auch ein bild ist mein geerbtes handy nur 6 studio geladen schöne app aktuell in der version 2 verfügbar meine kopfhörer und jetzt nennen es wollte ich dann auch mal zeigen wie ich zur aufnahme schreite ob es passiert oder nicht abwarten ist ein text ob ihr das produkt hören könnt oder nicht wird euch auch noch gezeigt aber bis dann muss ich erstmal loslegen